Hallo, und zwar möchte ich heute versuchen, dass du ein wenig leichter einschlafen kannst und deshalb eine kleine Hypnose durchführen. Dazu bitte ich dich, dir einen Rückenrohr zu suchen, an dem du für die nächsten 15 Minuten ungestört sein kannst. Am besten, du suchst dir einen Ort, an dem du dich bequem hinlegen könntest oder zumindest hinsetzen. Wenn möglich, nimm dir eine Decke und deck dich damit zu. So, nun konzentriere dich auf deine Atmung, atme durch die Nazen ein und durch den Mund wieder aus. Durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Sehr gut. Als nächstes, stell dir vor, wie du sehr viel Energie durch die Nase einatmest. Und all das Schlechte, all die Anstrengungen, die du den Tag über erfahren musstest, durch den Mund wieder ausatmest. Als nächstes zähle ich bis 10 und mit jeder Zahl wirst du entspannter und ruhiger. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, und zehn. Konzentriere dich nun auf bestimmte Körperareale, die ich dir nennen werde. Deine gesamte Aufmerksamkeit wird sich nur diesen Körperarealen widmen. Fange mit deiner rechten Hand an. Konzentriere dich auf die Handinnenfläche. Spür, wie sie anfängt zu kribbeln. Spür die Energie, die durch deinen Körper fließt. Nun konzentriere dich auf deine kleinen Finger. Auf den Ringfinger. Nun auf den Ringfinger, deine rechten Hand. Auf den Mittelfinger. Auf den Mittelfinger. Auf den Mittelfinger. Auf den Ellenbogen. Auf den Ellenbogen. Auf den Oberarm. Auf die gesamte Schulter. Bis hin zum Rücken. Bis hin zum Rücken und zum Nacken. Spür. Spür. Stell dir nun vor, dich massiert jemand im Hinterkopf. Du spürst nun das Kribbeln vom Nacken an bis zum Haaransatz. Spür, wie du mit jeder Sekunde ruhiger und ruhiger bist und dich immer mehr entspannst. Nun zu deiner linken Hand. Konzentriere dich hier auf die Antennenfläche. Auf deinen Daumen. Deinen Zeigefinger. Deinen Mittelfinger. Auf den Ringfinger. Spür, wie die Energie durch jeden einzelnen Finger fließt. Nun kommt der kleine Finger. Wieder das Handgelenk. Der Unterarm. Dein Ellenbogen. Und der Oberarm. Spür, wie sich das angenehme Kribbeln und die Energie wieder bis hin zu deinem Nacken ausbreitet. Und wieder spürst du die angenehme Kopfmassage an deinem Hinterkopf. Als nächstes konzentriere dich auf deine Füße. All die Energie fließt nun durch deine Füße, deine Waden, deine Knie, deine Oberschenkel, deine Hüfte, dein Unterleib. Durch deine gesamte obere Körperhäfte. Atme dabei ganz ruhig ein und aus. Und nun kommt die Energie in den oberen Brustbereich. Spür, wie es weiter in den Hals zieht. Bis hin zu deinem Kinn. Nun konzentriere dich auf dein Kinn. Auf deine Unterkieser. Auf deine Lippen. Bis hin zu den Wangen. Deine Nase. Deine Augen. Deine Schläfe. Und als letztes deine Stirn. Sehr gut. Du wirst dadurch immer entspannter und ruhiger. Atme ein und aus. Wenn du das Verlangen hast, deine Augen zu schließen, dann tu das. Stell dir nun vor, du stehst vor einer Treppe. Ich werde nun bis fünf zählen. Und mit jeder Zahl gehst du eine der fünf Treppenstufen nach oben. Eins. Du wirst ruhig und entspannt. Zwei. Du wirfst all den Ballast des Tages ab. All den Schulstress, den Arbeitsstress oder den Stress durch die Uni, die Ausbildung. Drei. Dein Körper wird ruhiger und ruhiger. Vier. Deine Augen sehnen sich danach, dass du sie schließt. Fünf. Du wirst ganz müde. Du willst nur noch schlafen. Fünf. Du wirst ganz müde. Du willst nur noch schlafen. einen Ort, an dem du schon immer sein wolltest. Zum Beispiel in den Bergen oder an einem schönen Strand. Stell dir vor, du kannst dort tun und lassen, was du willst. Dein Körper kann sich dort all die Energie holen, die er den Tag über verloren hat. Dieser Ort sind deine Träume. Deshalb gib deinem Körper die nötige Energie für den kommenden Tag. Eins. Du wirst ruhig und entspannt. Zwei. Du wirst müde und müde. Drei. Dein Körper sehnt sich nach Schlaf. Vier. Deine Atmung wird immer ruhiger und ruhiger. Fünf. Du vergisst alles um dich herum. Sechs. Dein Körper sehnt sich nach Schlaf und Entspannung. Sieben. Deine Augen werden schwerer und schwerer. Acht. Du willst nur noch schlafen. Neun. Dein Körper ist nun vollkommen entspannt und ruhig. Zehn. Zehn. Du schläfst jetzt. Du schläfst. Du schläfst jetzt. Du schläfst jetzt. Du schläfst.